Sie sind hier, 9. Juli 2018, 22.37 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Pamela Dudkiewicz lief in Luzern Saison bis Leistung Urheberrecht, Getty Imageshörden Sprinterin Pamela Dudkiewicz läuft in Luzern die zweitbeste Zeit ihrer Karriere. Speerwurf Olympiasieger Thomas Röhler muss sich einem ehesten geschlagen geben. Die WM-Dritte Pamela Dudkiewicz kommt vor der Heim-EM der Leichtathleten in Berlin immer besser in Form. Die Wattenscheid-Erin steigerte sich beim Meeting in Luzern als zweite im 100-M-Hürden-Sprint auf eine persönliche Saison-Bestzeit von 12,67 Sekunden. Dies war zugleich der zweitschnellste Lauf ihrer Karriere. Olympiasiegerin Brianna M. Zeniel aus den USA war in dem Rennen bei 0,9 Meter Rückenwind in 12,44 nicht zu schlagen, Dritte wurde deren Landsfrau Christina Manning in 12,71 Sekunden. Platz 6 belegte Europameisterin Cindy Roleda, die ihre Jahresbestzeit von 12,81 zum dritten Mal lief. Mit ihren 12,67 ist Pamela Dudkiewicz, die wegen Rückenproblemen und eines Muskelfaserrisses erst verspätet in die Saison einsteigen konnte, die Nummer 3 in Europa. Schneller waren 2018 nur die Weißrussinnen Alina Thalai, 12,41 und Elvira Herrmann, 12,64, Dritter über 110 Meter Hürden der Männer wurde Gregor Thaber in 13,35 Sekunden. Röhler fehlt über einen Meter zum Sieg im Speerwerfen musste sich Olympiasieger Thomas Röhler überraschend geschlagen geben. Mit 84,25 Metern belegte der Rio Triumphator Platz 2 hinter dem ersten Magnus Kürt, 85,42. Röhlers Disziplin-Kollegin Christen Hussong sorgte derweil mit 62,65 Metern für den einzigen deutschen Sieg in Luzern. Als vierte schaffte Ex-Weltmeisterin Katharina Molitor mit 61,91 Metern erstmals die Norm für die EM von 6. Bis 12. August in der Hauptstadt. Bis 12. August in der Hauptstadt.